Kaum drei Stunden Flugzeit von Nürnberg entfernt lockt die türkische Riviera mit endlos langen Sandstränden vor der eindrucksvollen Kulisse des Taurusgebirges. Wasserfälle ergießen sich direkt ins Meer und in der nahen Umgebung zeugt eine Vielzahl beeindruckender archäologischer Städten von der geschichtlichen Bedeutung dieser Region. Kein Wunder also, dass sich Antalya in jüngster Zeit zu einer Hochburg des Mittelmeertourismus entwickelt hat und infolgedessen mit rund 550.000 Einwohnern zu einer der größten Städte der Türkei herangewachsen ist. Wer im Bazar den Handwerkern bei der Arbeit zuschaut und meint, hier sei die Zeit stehen geblieben, der täuscht sich. In Antalya stehen die Weichen längst auf Zukunft. Die Stadt ist dabei, auch geistig kultureller Mittelpunkt der Südtürkei zu werden. Doch das war es nicht allein, was 1997 zum Abschluss des Partnerschaftsvertrages führte. Mit rund 25.000 Menschen stellen die türkischen Staatsangehörigen die nach den Deutschen am stärksten vertretene Nationalität in Nürnberg dar.